So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe mal wieder was auf meinem roten Zettelchen gefunden, wo ich mir immer Notizen mache. Da stand nämlich drauf Pokerade. Was ist Pokerade? Ich weiß es selber auch nicht. Ein Zuschauer im Stream hat geschrieben und gefragt, ob ich Pokerade kenne und ob ich das mal vorstellen könnte oder ein Video darüber machen. Ich habe jetzt mal Pokerade gesucht im Store, habe das runtergeladen, habe mir dazu einen schönen Hintergrund hier gemacht, damit das auch schön thematisch dazu passt. Ihr seht, wenn ich mein Handy verschiebe, hier ist auch noch ein 1er oder 2er Raid versteckt. Hier habt ihr ein gelbes Ei, hier habt ihr dieses Symbol. Das sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Hinter meinem Nüschel sind nicht nur ganz viele Ordner und Dateien, da ist auch noch ein 5er Raid. Den müssen wir aber wieder verstecken. Ich habe das jetzt runtergeladen. Das sieht dann ungefähr so aus, wenn ihr das im Store sucht. Pokerade. Worldwide Remote Raids von Movledge Entertainment. Öffnen. Wir öffnen das mal und sehen. Active Raid Rooms. Worldwide und My Ration. Earn Coins by Hosting or Joining a Heatran Raid. Und tap this banner for more information. Ich weiß jetzt nicht, wozu man Coins braucht. Hier sehen wir aber Eagle Well Market Heatran Raid. 5 Trainer sind schon drin. Kein Trainer benutzt ein Auto-Join. Eine Einladung steht noch aus. Okay. Wenn wir da drauf drücken, passiert was. Wir sehen die Leute, die da drin sind. Der Holmes hat also gehostet. Trump, Shauna, Nola. Ja gut, da sind ja jetzt schon 5 drin. Also wahrscheinlich ist der voll. Friendship Code copied. Wenn ihr hier drauf drückt, könnt ihr den Freundschaftscode von den Leuten kopieren direkt. Falls ihr einen hinzufügen wollt, dass die euch ätten oder irgendwas. Join this room. Muss ich mir auf jeden Fall einen Account erstmal machen. Friendship Code. Ja, das ist natürlich jetzt praktisch. Ich kenne doch meinen eigenen Friendship Code nicht. Muss ich mal kurz hier suchen. Auf meinem ach so tollen Bild, was ich hier habe. Da steht er nämlich drauf. 20, 59. Ja. Den gehen wir mal kurz hier ein. 20. Ach so, nee. 20, 9, 5. 9, 3, 4, 6, 3, 2, 4, 9. Ich hoffe, das passt. 20, 9, 5. 9, 3, 4, 6, 3, 2, 4, 9. Das müsste der Trainer Code sein. E-Mail. Ja. E-Mail. Hier. Username. I was scharf. Das ist aber keine E-Mail. Level. 40. Friendship Code. Passwort. Fürs Passwort. Blenden wir euch mal kurz aus. Gucken mal. Jetzt müssten wir das Ganze ähm, ja, uns erstmal registrieren wahrscheinlich. Please select the Ration you can reach. We need this to show you the active rates in your Ration. Ähm, ja. Wie wähle ich die jetzt? Deutschland? Kein Deutschland? Verstehe ich nicht. Wie komme ich denn hier ran? Ich will Deutschland, Mann. Ach, der Punkt ist sowieso schon wir, ich. Und überhaupt. München, München, äh, irgendwo dazwischen müsste auch mal was anderes sein. Ich finde mich selber nicht. Ich finde mich selber nicht. Das ist richtig genial. Naja, Würzburg, da müssen wir doch ein Stück wieder da hoch. Erfurt, da müssen wir doch wieder ein Stück runter. Ilmenau, Suhl, Meiningen, Hildburghausen. Theoretisch reicht das ja jetzt schon. Radius 5000 Meter. Ja, wir lassen das mal so. Einfach auf Hildburghausen. Save. Enable Raid Notifications. Disabled. Ja, dann. Äh. Wir machen mal die natürlich. Wir nehmen die mal World Wide. Raid Notification, Schedule, Start Time. Raid Notification, Schedule, End Time. Tier, All Tiers. Ihr könnt also einstellen, welche Raids ihr haben wollt. Wir nehmen mal nur Fünfer. Startzeit, Endzeit ist mir egal. Wir raiden die ganze Nacht, ne. Sozusagen. Daily Reward. Don't forget to claim your reward every day to reach the final price. Claim Reward, earn more coins. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit mache, aber danke. Hallo? Lass mich zurück. The Raid Room is closed. Also, der Raid ist geschlossen. Aber egal, wir brauchen ja auch einen, wo noch frei ist. Hier. Läuft noch zwölf Minuten. Ne, heißt das in zwölf Minuten geht er auf? Oder was heißt das jetzt? Join this Raid Room. Das sind doch aber auch schon etliche voll. Wenn ich jetzt Joinen nehme. Raid Room, Capacity, Capacity is full. Also ist auch voll. Use Auto Join, try another room. Nehmen wir mal einen anderen. Hier steht komischerweise ein Trainer inside. No trainers used auto. Gehen wir mal hier unten in Shamrock Park. Gut, scheint auch voll zu sein. Das klappt also sehr gut. Wir nehmen mal Use Auto Join. Tier Auto Join, Auto Join. Dann machen wir alle aus. Nehmen wieder das, dass wir das nur wollen. Ist ja egal. Heat Train. Gehen wir mal Heat Train ein. So. Activate Auto Join. Not enough coin. You need to have at least 50 coins to enable Auto Join. Ihr braucht also 50 coins, um den Auto Join durchzuführen. Auto Join würde euch irgendwo in was freies automatisch reinschmeißen. Haben wir nicht, findet man nicht. My Ration. There is no active raid rooms in your Ration right now. Update your Ration settings or invite your friends. Es ist natürlich mitten in der Nacht. Da sind sowieso keine Raids bei uns. Also müssen wir auf World Wide. Es bringt mir aber nichts, wenn ich auf World Wide gehe. Guck mal hier, die sind rot. Da steht extra dabei. Sechs Trainer sind dabei. Null Invitations left. Also da sieht man ja, dass das schon voll ist. Aber egal wo ich draufgehe, die anderen sind ja auch schon voll meistens. Zehn Invitations left. Gehen wir mal da drauf. So. Join this raid room. Host Friendship Code is copied to Clipboard. Now return to Pokemon and add the host as a friend. After you are done, you are back to PokeRaid and notify the room that you are ready. Don't forget that you need a remote raid to join this raid. Na, naschdenklich? McDonalds Werbung? Hat er jetzt... Irgendwie ist das alles sehr kompliziert und sehr hektisch. Ich glaube, wenn man sich da reinfuchst, dann passt das auf jeden Fall. Ich hoffe, der Trainer Code von dem... Äh, von dem Host ist jetzt da. Dass den Auto... Also dass uns das automatisch beim Eintragen den Trainer Code von dem Host gegeben hat. Ich guck mal, wenn ich jetzt auf Freund hinzufügen gehe, ob es ihn... Addet. Und er dann einlädt. Wir haben ja zum Glück einen Platz frei. Ich gehe also mal hier drauf. Ja, sehr schön. Und wir haben... Das dürfte wirklich der Code von dem Host sein. EO-AV. Und jetzt gehe ich zurück und weiter. Edit and ready. Edit, 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 edit. Edit and ready. Natürlich auch. Also, was wollt ihr denn von mir? Und woher weiß ich jetzt, äh... Wie, äh... Also, denen wird jetzt wenigstens auch mein Name, glaube ich, angezeigt. So, wie es bei denen hier steht. Chef, Big Dog, Chaos, Warband. Ich habe jetzt auch reingeschrieben. Mal gucken, was passiert. Wenn wir nochmal zurückgehen. Was sehen wir hier? Nix. Das ist auch unser Raum, oder? Ja, das ist unser Raum. Ich gehe einfach mal zurück in Pokémon. Ich schaue mal, ob der die Freundschaft annimmt. Und vor allem, ob der eine Raid-Einladung schickt. Und hier mein tägliches Pokémon. Guck dir das an. Das muss ich auf jeden Fall jetzt mitnehmen. Ein Molly Morba. Da fehlen mir noch Bonbons. Das muss ich noch entwickeln, da ich damals das Event verpasst habe. So. Einfach mal hier mitgenommen, eingetütet. Und wenn das jetzt klappt, dann fräse ich einen Besen. Dann empfehle ich die App auf jeden Fall weiter. Aber ihr seht, vielleicht hätte ich mich vorher mal informieren sollen, wie das alles abläuft und funktioniert. Und Heidi hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ja, das wollen wir aber nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt 200. Er hat unsere Einladung angenommen. Er ist Level 35. Jetzt kommt es nur noch darauf an. Wann findet denn der Raid statt? Ich habe ehrlich gesagt keine Uhrzeit gesehen. Beziehungsweise standet das dabei? Ist der Raid noch zu? Gibt es den Raid noch gar nicht? Jetzt muss ich nochmal in diese hässliche App rein. Auto-Join. Ja, das brauche ich nicht. You and 10 Trainers inside. No Trainers used. Auto-Join. Null Invitations left. Oh nein, oder? Ich glaube, das Ding ist wirklich. Das Ei ist noch zu. Und das Ei geht erst in 8 Minuten 20 auf. Und in 8 Minuten 20, wenn das Ei aufgeht, wird er wohl dann uns etten und einladen. Und ob das funktioniert hat, das erfahrt ihr im nächsten Video. Ich kann ja jetzt nicht 8 Minuten hier das laufen lassen. Und dann gucken, was passiert, oder? Ist doch auch Quatsch. Ihr habt jetzt auf jeden Fall gesehen, ihr macht euch da einen kleinen Account. Ihr könnt worldwide euch in so einem Raid-Room eintragen. Ihr addet den Host und der Host fügt euch wieder hinzu zu dem Raid. Ihr seht, wann der Raid aufgeht und so lange wartet ihr. Dürfte also eigentlich funktionieren. Wenn wir hier woanders gucken, dann sehen wir, die sind alle schon relativ voll. Voll, 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 voll. Sieht auf jeden Fall voll aus. Ihr müsst, wie gesagt, natürlich schnell sein, wenn ein neuer Raid gepostet wird. Ihr seht unten, die dauern noch 16 Minuten, 17 Minuten wahrscheinlich, bis sie aufgehen. Wir sind jetzt aber auf jeden Fall hier in unserem Raid-Room. Ich hoffe, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, wenn mich keiner ein... Edit, edit, when are we starting, did everyone get added, yet, yes, yep, sing so, yes, Host. Also meiner Meinung nach geht der Raid dann erst auf. Obwohl, das kann ja eigentlich auch nicht sein. Im Endeffekt ist der Raid schon auf und der Raid läuft nur noch 8 Minuten. Sonst würden sie ja nicht fragen, wann das aufgeht. Das ist noch gerade unschlüssig, dass ich nicht weiß, ob das jetzt die Startzeit ist, wann der Raid aufgeht. Und man schon dafür sich gegenseitig einlädt, dass man dann zur Startzeit direkt loslegt. Oder ob der Raid auf ist und nur noch so lange läuft. Und deswegen die Leute jetzt fragen, jo, wie sieht's aus? Lädst du ein? Hier, machst du? Was ist los? Es müsste auf jeden Fall jetzt funktionieren. Entweder nach 8 Minuten oder halt jetzt schon. Vielleicht, wenn wir reingehen, haben wir... Wir haben schon eine Einladung, oder? Wir haben schon die... Ah, wir haben die Einladung und ich hab's verpasst. Schnell... Ich hab... Jetzt hab ich keinen Fan-Raid-Pass mehr. Es ist also wirklich die Zeit, wie lange der Raid noch da ist. Das ist wieder eine Vorbereitung Deluxe. Ihr habt das gesehen. Jetzt ist... Jetzt ist die Einladung weg und die haben ohne mich gemacht. Was für ein Vorführeffekt, oder? Ist aber, muss ich sagen, hätte funktioniert. Ihr habt das gesehen. Ihr tragt euch ein. Ihr habt einen Raum. Ihr könnt dann direkt chatten, kurz. Könnt sagen, wenn ihr fertig seid und wenn alle fertig sind, ähm... Laden die euch ein. Das, was angezeigt wird, ist also die Zeit, wie lange der Raid noch da ist. Ich hoffe, die schaffen's jetzt auch ohne mich, ne? Pogel-Raid noch nie gehört, aber, auch wenn's erstmal ein bisschen kompliziert wirkt und alles auf Englisch und ihr euch da durchfuchsen müsst, was ist was, so wie ich das jetzt grad, scheint das doch irgendwo eine coole App zu sein, die ihr ja auch mal testen könnt und dann mir eure Berichte, äh, eure Erfahrungen berichten könnt, ob ihr Erfolg damit hattet, ob ihr Raids machen konntet oder nicht. Ich sag mal, es hätte jetzt geklappt, wenn die App nicht, äh, neu gestartet wäre und ich einen Pass gehabt hätte, dann wäre ich noch mitgekommen. Seht, meine, meine Raid-Lobby, ne? Leider, leider, leider. Waiting the invite, yes, host, zack. Er hat ja eingeladen, aber ich hab's verkackt, das tut mir leid. Ich werde mich aber trotzdem hier wieder rausschmuggeln, kann man da, Lockout, genau. Ich logge mich mal aus und ich logge mich nicht nur aus, ich, äh, deinstalliere die App auch gleich wieder, weil ich brauch die ja theoretisch nicht. Für euch aber, wenn ihr noch eine Möglichkeit sucht zu raiden und alles andere euch zu kompliziert ist, dann sucht jetzt die noch kompliziertere Möglichkeit zu raiden. Gönnt euch Pogge-Raid, ihr habt gesehen, wie einfach es ist und unkompliziert, sorgt aber bitte dafür, dass ihr in der App achtsam seid und wenn ihr eingeladen werdet, nicht gerade eure App zu habt und dass ihr vor allem genügend, äh, Remote-Raid-Pässe da habt, damit ihr nicht dasteht, die Zeit abläuft und ihr außen vorbleibt. Ist eigentlich ganz interessant gewesen, wie gesagt. Danke für den Tipp. Ich brauch das theoretisch nicht nutzen, ich hab ja euch. Aber wer das nutzen möchte oder wer das die ganze Zeit schon nutzt, schreibt's mal in die Kommentare, ne. Würde mich interessieren, ob ihr das auch mal austesten wollt und ob das bei euch besser klappt, besser funktioniert. War, wie gesagt, jetzt mein Fehler. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses. Süßes. marrying